Ja, so meine lieben Freunde, wie wisst ihr, wenn ich im Stadion bin, dann gibt es immer etwas verspätet. Am folgenden Tag erst meine Analyse oder mein Video, es sei denn, ich gehe mal danach direkt nach Hause, was ja meistens nicht der Fall ist. Ja, gestern jetzt 2 zu 3 zu Hause gegen Bayern verloren, eigentlich ansehnliche Leistung und deswegen gibt es jetzt hier wie immer die Analyse aus meiner Sicht sowie die Spielernoten aus meiner Sicht. Das ist für mich, wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht nochmal die Möglichkeit gehabt, bei Sky das komplett im Relife zu sehen. Ich muss mir mal überlegen, ob ich mir das bei Hertha TV oder dieses Abo mache, wo man sich die kompletten Spiele dann nochmal reinziehen kann. Weil gerade, wenn man im Stadion war und ihr wisst ja, ich sehe nicht so gut, dann verwechsel ich mal einen Spieler oder so oder bewerte das dann vielleicht auch nicht ganz optimal. Gerade, wenn wir bei uns im Olympiastadion spielen und wir da verhältnismäßig weit weg sitzen für meine Augen. Ja, darum geht es jetzt hier in dem Video. Könnt dann auch gerne wieder eure Meinung reinschreiben, wenn ihr das mit den Noten völlig anders seht. Sieht ja sowieso immer jeder völlig anders. Und manchmal hat man ja auch so Spieler wie ich, wo man dann irgendwie dem immer genauer noch drauf achtet, wo einem dann alles auffällt, was ja nicht gut macht. Und andersrum hat man so Lieblingsspieler, wo es einem vielleicht gar nicht auffällt. Also gerne eure Meinung auch zum Spiel in die Kommentare. Ja, angerichtet war es. Es war eigentlich relativ frisch, als ich losgegangen bin. Da habe ich schon ein bisschen gezittert vor Kälte und vielleicht auch vor dem Spiel. Als wir dann aber im Stadion saßen und da schön die Sonne auf uns schien, bestes Fußballwetter eigentlich. Rund 10 Grad in der Sonne auf jeden Fall deutlich wärmer. Ich war ja mit meinen zwei Kumpels da, die keine Hertha-Fans sind. Und das kann ich schon mal spoilern, die fanden es richtig geil und werden wahrscheinlich sogar beim nächsten Heimspiel auch wieder mit dabei sein. Also das war auf jeden Fall erfolgreich. Erfolgreich war das Spiel am Ende nicht. Wir haben es dann auch, muss man sagen, auch wenn wir es kämpferisch gut gemacht haben. Und auch wenn ich jetzt ganz grob sage, es war für meine Begriffe gestern mehr drin gegen Bayern. Also es gibt so Spiele, wo man sagt, gerade wenn man in München ist, guckt euch Freiburg an, die da 5-0 verloren haben. Oder letzte Woche Mainz, die haben ja super gut mitgespielt, aber haben 6-2 verloren. Da ist dann an so einem Tag auch nicht mehr drin. Aber heute war oder gestern war wirklich mehr drin, meiner Empfindung nach. Auch wenn die Bayern natürlich trotzdem komplett dominant waren. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, Torschüsse hatten wir nur 7 zu 14. Also auch da Bayern natürlich deutlich besser. Laufleistung waren wir bei 110,6, die Bayern bei 108,3. Die lassen natürlich auch den Ball laufen, da muss der Gegner ja automatisch mehr laufen. Gespielte Pässe haben wir nur 216, die Bayern 579. Ja, die Passquote war gruselig, was aber typisch ist, wenn du gegen Bayern spielst, weil die halt mit ihrem Pressing und auch mit ihrem Stellungsspiel und ihrer gesamten Formation sehr, sehr stark und schnell Bälle wieder erobern. Und wir natürlich versucht haben, das Spiel innerhalb von zwei, drei Stationen zum Umschaltfußball zu betreiben. Da passiert es dann halt häufig, dass der letzte Pass nicht sitzt. Und wenn dann nur drei Pässe da sind, dann ist da halt jeder dritte Pass gleich ein Fehlpass. Und das war ja leider bei uns auch der Fall. Also 62 Prozent Passquote ist schon sehr, sehr schwach. Aber ist, wie gesagt, dem geschuldet, wie man eben aufgelaufen ist und wie man agieren wollte. Die Bayern hatten 84 Prozent angekommene Bälle und Ballbesitz. Das ist schon sehr, sehr hart zu Hause. 28 Prozent, die Bayern 72 Prozent. Aber hey, Union hat schon richtig viele Spiele so gewonnen. Mit unter 30 Prozent Ballbesitz haben die viele Spiele gewonnen. Warum hätte das für uns nicht möglich sein können? Was auf jeden Fall eine wichtige Quote war, was eine gute Quote war, war zum Beispiel die Zweikampfquote. Die war recht ausgeglichen. 49 Prozent gewonnene Zweikämpfe bei den Herthanern und 51 bei den Bayern. Die haben uns auch oft ins Abseits gestellt. Die Bayern bestanden sechsmal bei denen im Abseits. Also auch das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ja, die Aufstellung auf jeden Fall überhaupt nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ihr korrigiert mich gerne. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nur aus dem Stadion und dieses Fünf-Minuten-Highlight gesehen. Ich glaube, wir haben tatsächlich wieder in einem 4-4-2 gespielt, beziehungsweise in einem 4-2-2-2, also mit zwei Stürmern und zwei Flügeln. Für meine Begriffe sah es so aus, als ob Toussaint und Serdar die sechs gebildet haben. Marco Richter, rechter Flügel, Boetius, linker Flügel. Er hat ja auch schon vier Flügel in Mainz gespielt und Luque Bakchio und Selke Doppelsturm gespielt haben. Oder Luque Bakchio, häng die Spitze. So sah es für mich aus. Korrigiert mich da gerne, falls ich das irgendwie falsch gesehen habe. Ja, war ein bisschen enttäuscht. Dass Selke gespielt hat von Anfang an, ob man den jetzt mag oder nicht. Aber dass ausgerechnet er jetzt nochmal die Chance bekam. Da dachte ich, dann trau dich doch mal gegen Bayern. Scherhund war ja klar, dass er nicht spielt, weil der Freitag beim wichtigen Sieg der U23 in Luckenwalde dabei war und da auch getroffen hat. Aber dann dachte ich, warum spielt der denn nicht einfach mal mit Scherhund im Sturm oder traut sich was oder nur mit Luque Bakchio und keine Ahnung wem noch. Also da war ich erstmal nicht so ganz zufrieden. Auch das Platte widerspielt. Aber gut, wir haben es trotzdem in den ersten Minuten nicht schlecht verteidigt. Die Bayern haben natürlich das Spiel komplett an sich gerissen, haben den Ball gut laufen lassen. Aber wir haben es auch defensiv gegen den Ball gut gemacht, muss ich sagen. Also wir standen wirklich so in unseren zwei Ketten quasi vor unserem eigenen Tor, dass Bayern da zwar viel Ballbesitz hatte. Aber so richtig in den Strafraum sind sie meistens nicht eingedrungen, weil da eben einfach nicht viel Platz war und wir es gegen den Ball gut gemacht haben. Dann gab es noch diese eine Situation, wo Luque Bakchio die erste Torschung für Hertha hatte und hat sich den Ball im Mittelfeld erobert. Ist dann natürlich mit seinem wahnsinnigen Tempo an Upamecano vorbei, der übrigens auch einer der schnellsten Bundesligaspieler ist. Und dann ist er leider ein bisschen abgetrieben und konnte dann nur noch von halb links abschließen, sodass Neuer den sicher zur Ecke klären konnte. Aber es war eine gute Aktion, es war mal wieder eine tolle Einzelaktion von Dodi. Ist auch keiner richtig mitgelaufen, da komme ich später nochmal zu bei Suat Serda. Der hätte da mal ein bisschen mehr Tempo aufbringen können und da richtig eine Anspielstation bilden können. Dann hätte Dodi vielleicht auch passen können, aber er hat da gut den Abschluss gesucht, sah ganz gut aus. Ja und dann ging es los. Gefühlt hatte er Bayern noch gar nicht so wirklich die Chance angekommen. Die zwölfte Minute und das 1 zu 0 fällt. Wie gesagt, korrigiert mich da gerne, das sind meine Eindrücke aus dem Stadion und auch das, was ich nur kurz in der Zusammenfassung gesehen habe. Da wird der Ball im Mittelfeld von uns verloren. Ja, also für mich sieht es einfach so aus. Rochelle, keine Ahnung, warum er da so weit rausrückt. Aber auch Suat Serda, einfach gegen den Ball nicht willens genug. Das ist ganz oft heute bei ihm oder gestern bei ihm so gewesen, dass ich mir so denke, ey, wenn du den Ball zu 100 Prozent willst, dann kriegst du den in der Situation dann auch. Kriegt er aber nicht, verliert dann den Zweikampf. Der Ball kommt in die Mitte zum Musiala und der ist halt eiskalt vorm Tor. Kannst du dann auch nicht mehr verteidigen. Also warum Rochelle da rausgerückt ist, hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen. Aber für mich auf jeden Fall in einer Vorwärtsbewegung geht das Ding schon an Suat Serda. Und wenn er da das Foul zielt, aber wenn du den Ball 100 Prozent willst, dann geht der da auch nicht verloren. In der Mitte, im mittleren Mittelfeld unserer eigenen Hälfte. Ja, und dann stand es nach 12 Minuten 1-0. War aber dann nicht so, dass die Bayern uns an die Wand gespielt haben, überhaupt nicht. Wir hatten dann sogar noch eine sehr, sehr große Chance, die Manuel Neuer wieder fantastisch gehalten hat. Ja, Ball nach vorne, Davy Selke konnte ihn mal wieder nicht festmachen, eigentlich schon verloren. Dann ergrätscht ihn sich Marco Richter am gegnerischen 16er zurück und macht dann so eine Art Heber angeschnittener Schuss mit seinem schwachen Linken aufs Dreiangel. Aber Neuer war wieder da, war eine sehr, sehr gute Chance von Marco Richter und war vorher auch wieder ziemlich schwach von Selke festgemacht. Selke hat mir bis auf seinen Elfmeter auch leider wieder gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl man sagen muss, gerade im Verhältnis zu Konga, was ich ja schon kritisiert habe, hat er deutlich mehr Luftzweikämpfe gewonnen. Da ist jetzt nicht immer automatisch was draus entstanden, weil du kannst ja auch einen Luftzweikampf gewinnen. Für dich entscheiden, wenn du an den Ball kommst, aber danach ist der Ball weg. Aber auch seine Passquote war nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall gab es dann nochmal eine Chance und ja, dann das 2-0. Das war dann schon bitter von Schupo Muting, der ja im Moment einfach immer trifft, muss man ganz ehrlich sagen. Dann das 2-0, ja Goretzka versucht abzuschließen. Abzuschließen, Kempf ist es glaube ich oder Rochel noch dazwischen, kann aus der Distanz auch nichts machen, sodass er den Ball dann genau in die Mitte abblockt. Und auch da wieder, klar muss man da aufpassen, wie man in den Zweikampf reingeht, weil sonst gibt es natürlich Elfmeter. Aber da ist dann auch wieder Schupo Muting will einfach mehr an den Ball kommen als Suat Serda. Der steht zwar ein bisschen ungünstig zum Ball, ein bisschen weit weg, aber du siehst da nicht diese hundertprozentige Entschlossenheit, ihn jetzt am Tor hindern zu wollen. Ich will nicht immer alles nur auf Suat Serda schieben, aber es fällt mir halt auf, ja, gerade bei den Gegentoren war das jetzt der Fall. 2-0 durch Schupo Muting rausgespielt, sieht auch anders aus, aber ja, Schupo Muting will es in dem Moment mehr, ist absolut selbstbewusst und macht dann eben das 2-0, auch wenn es ein absolutes Gestöcher ist. Genauso wie beim 3-0, was dann nur zwei Minuten später fiel, wo man dann echt dachte, so jetzt ist der Drops gelutscht, jetzt müssen wir auf unsere Tordifferenz aufpassen, dass wir hier nicht eine 6-0-Klatsche kriegen. Ball kommt rein, den muss ein Bundesligaspieler, das hätte ich bei Juremovic genauso kritisiert wie Rochel. Klar, kann immer mal passieren, aber der stolpert da über seine eigenen Beine, wirkte sowieso gegen Bayern nicht so stark, muss ich sagen, ziemlich hölzern. Ja, und das hat auch diese Szene wieder gespiegelt, wie er da den Ball versucht zu klären und quasi dann direkt in der Mitte auflegt, sodass gar keiner mehr reagieren kann. Auch wenn Schupo Muting da mega Glück hat, den Ball eigentlich gar nicht richtig trifft, sondern daneben rutscht, aber dann irgendwie trotzdem noch genug trifft, damit er drin ist, ja, ist ein Glückstor. Aber auch da wollte Schupo Muting wieder mehr und auch da wieder absolute Unzulänglichkeit von uns in dem Falle von Rochel. Den musst du als Innenverteidiger, der in der Bundesliga spielt, rausklären können. Kann immer mal passieren, ja, aber sollte nicht allzu oft passieren, sah amateurhaft aus, sagen wir es mal so. Also, ja, dann dachte man, das Ding ist durch. Ja, wie, es hat sich ein bisschen angeführt wie in Leipzig, wobei noch ein bisschen härter, weil in Leipzig, ja, doch, in Leipzig hatte ich auch gar keine Hoffnung mehr. Aber diese Hoffnung kam schon zwei Minuten nach dem 3 zu 0 wieder auf. Da hat dann Bayern irgendwie mal ein bisschen geschlafen, ja, dachte, ja, jetzt ist der Drops hier wahrscheinlich gelutscht. Wir haben ja sowieso genug Ballbesitz und so weiter. Außen, schöner Ball von, ich glaube, Toussaint war es auf Marco Richter, der mit einer tollen Flank und Luke Bakio steht viel zu frei. Mit einer tollen Direktabnahme, unhaltbar aus so rund zehn Metern, macht er sein sechstes Saisontor und bleibt einfach der Unterschiedsspieler diese Saison für uns. Und, ja, irgendwie auch der Einzige, der in jedem Spiel performt, muss man einfach sagen. Der auch einfach konstant in jedem Spiel der Beste bei uns ist jetzt. Nicht nur wegen dem Tor, generell auch wieder mit einer super Leistung. Und dann gab es sogar noch in der 45. Minute einen Elfmeter. Ich habe es im Stadion, ich habe es überhaupt nicht gesehen und nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwann gesehen, dass er rausgeht, der Schiedsrichter, sich die Szene nochmal anguckt und dann gibt er Elfmeter. Und ich dachte, na, Luke Bakio, ey, komm, sechs Saisontore macht er jetzt sein siebtes. Nee, da setzt sich wirklich Davy Selke durch. Noch kein Bundesligator diese Saison gemacht. Aber so selbstbewusst ist er halt. Und das muss man ihm lassen. Elfmeter kann er wirklich gut. Also ich wüsste gar nicht, hat der überhaupt schon mal einen Elfmeter für uns verschossen? Ich glaube nicht. Davy Selke, Elfmeter, eiskalt ist er da wirklich. Auch wenn er noch nicht einmal getroffen hat, lässt er sich als gefoulter den Ball nicht von Luke Bakio nehmen. Tritt an, verliert Neuer. Wenn Neuer in der Ecke wäre, hätte er den wahrscheinlich gehabt. Aber so kann man wieder sagen, schön verladen. So ist es ja immer im Fußball. Und dann steht es 2 zu 3 vor der Pause. Und dann dachte man schon, dass da nochmal ein bisschen mehr drin ist. Wobei die zweite Halbzeit dann auch von Bayern nicht wirklich besser war, aber von Hertha auch einfach nicht mehr wirklich was kam. Ja, dann gab es etliche Situationen. Und das muss man sagen, es gab etliche Situationen, wo wir wieder diese Umschaltmomente hatten, wo immer der letzte Pass nicht gestimmt hat. Aber das zieht sich ja so durch die Saison durch. Und wenn du halt eine Mannschaft sein willst, die gut ist im Gegenangriffen, im Kontern. Wenn du gut sein willst im Kontern, dann musst du halt auch diesen letzten Pass gut spielen können. Und das fehlt uns leider weiterhin. Das war ja auch ein Grund, warum ich gesagt hatte, ich würde mal mit Boateng es von Anfang an probieren. Aber wahrscheinlich ist der einfach noch nicht fit genug. Weil wir brauchen einen, der diese letzten Pässe spielt. Da sind wir einfach zu ungenau. Und haben ganz oft so eine Situation, wo wir vielleicht in eine 3 gegen 3, 2 gegen 2 Situation kommen. Und dadurch, dass der letzte Pass nicht sitzt, halt eine Riesenchance gar nicht erst entstehen lassen. Das ist halt auch in der zweiten Halbzeit wieder aufgefallen. Bayern machte dann sogar noch das 4 zu 2. Beziehungsweise wir haben das 4 zu 2 gemacht durch ein Eigentor. Und Rochel wurde dann durch ein VAR zurückgenommen. Das wurde in der Wiederholung hier bei Sky gar nicht gezeigt. Also konnte ich mir jetzt nicht nochmal angucken, ob das stimmt. In der letzten Sequenz, ja, also da gab es nochmal den eingewechselten Maolida gegen Upamecano. Ich würde es jetzt nicht unbedingt pfeifen. Wir wollen ja nicht, dass sowas immer gefiffen wird als Elfmeter. Aber sagen wir mal so, gegen uns wurde sowas auch schon als Elfmeter gefiffen. Und es gab auch schon Schiedsrichter, die sowas gefiffen haben. Wäre natürlich geisteskrank gewesen. Hätten wir dann durch noch einen Elfmeter das 3 zu 3 noch in der letzten Minute erzählt. Sehr, sehr schade. Das, was heute auch aufgefallen ist, muss ich sagen, warum ich mir ja gewünscht hatte, das Ulreich spielt. Es gibt halt einfach keinen, der, das ist wirklich ausnahmslos, wie Neuer dieses Torwartspiel perfektioniert hat, so als Libero zu agieren. Das war auch zwei, dreimal der Fall, dass, wenn da Neuer nicht im Tor gewesen wäre, wäre da eine Riesenchance entstanden. Ich erinnere nur an die letzte Szene, wo Christensen als Torwart das Spiel super gut und super schnell machen will auf Konga. Der Ball ist eigentlich auch perfekt an die Strafraumgranz, also echt ziemlich weit raus für den Torwart. Aber Neuer geht halt da raus, geht in einen fußballerischen Zweikampf, wo er den Ball nicht an die Hand nehmen kann. Ja, spielt ihn über Konga rüber, um ihn dann in die Hand nehmen zu können. Also das war ja nicht die einzige Szene. Da hätte man natürlich, wenn da nicht Neuer am Tor gestanden hätte, hätte Fahrradkette wahrscheinlich sogar ein, zwei Aktionen mehr generieren können, die er halt einfach im Keim erstickt hat. Also Neuer war leider wieder ziemlich gut, muss ich sagen. Und ja, von unseren Einwechslungen, also Maulida, ich hätte es dann auch nochmal mit Maulida probiert, wir haben ja kaum Alternativen. Und es ist halt schade, dass man eben nicht mal einen Sharehand oder so mitnimmt aus der zweiten Mannschaft, weil Maulida fand ich auch wirklich gar nicht gut, muss ich einfach sagen. Auch wenn der nur rund 15 Minuten drin war, habe ich von dem gar nichts mehr nach der Einwechslung gesehen. Ja, kommen wir zu den Spielernoten und dann gebe ich nochmal einen kleinen Ausblick, weil Dienstag spielen wir ja schon wieder um 20.30 Uhr auswärts in Stuttgart. Das ist natürlich eine schwierige Ansetzung. Es ist schade, dass sie das nicht noch ein bisschen nach hinten ziehen können. Werden sicherlich trotzdem ein paar Ertaner fahren und sich die Zeit nehmen. Aber es ist schon heftig, unter der Woche bis nach Stuttgart zu fahren. Ja, Christensen im Tor, fand ich jetzt heute nicht so wirklich gut. Bei den Gegentoren konnte er aber eigentlich auch nichts machen. Es waren Kohlerbälle, es war unangenehm, aber richtige Fehler waren es auch nicht. Mir sind zwei-, dreimal wieder fußballerische Unzulänglichkeiten aufgefallen. War nicht gut, war aber auch nicht schlecht. Der war jetzt auch nicht an den Gegentoren schuld oder so. Oder hat völlige Unsicherheit ausgestrahlt. Zumindest, wie ich es im Stadion gesehen habe, würde ich ihm eine 4 geben, was ja eine ausreichende Note ist. Rochelle, den ich ja bisher immer sehr gut benotet habe, hat mir leider gar nicht gefallen. Auch aufgrund dieser entscheidenden Aktion. Er hat natürlich wieder interessante und intensive Zweikämpfe auch geführt. Und auch dafür gesorgt, dass die Offensive von Bayern eben nicht zu noch viel mehr Chancen kommt. Aber trotzdem, bei den entscheidenden Situationen sah er zweimal richtig schlecht aus, muss ich sagen. Deswegen von mir heute leider nur eine 5. Kämpf unauffällig, aber souverän. Fand ich jetzt wirklich nicht so schlecht. Und wie wisst ihr, ich bin nicht der größte Kämpfbefürworter. Ich würde ihm eine 3,5 geben. Kenny und Plattenhardt gegen den Ball bemüht. Aber nach vorne kam auch wieder überhaupt nichts von den beiden. Also es kristallisiert sich immer mehr raus, dass die beiden halt absolut keine progressiven Außenverteidiger sind. Kenny versucht sich zwar immer wieder vorne mit einzuschalten, aber seine Pässe und seine Flanken im Offensivbereich sind halt wirklich einfach nicht gut. Würde ich ein bisschen besser als Rochelle sehen. Beide ein bisschen schwächer als Kämpf. Würde ich beiden eine 4 geben. Ansonsten war das trotzdem gegen den Ball ja eine gute Leistung. Und das ist ja eine Mannschaftsleistung am Ende. Du musst erst mal gegen Bayern, wenn du gegen Mané, Gnabry und Co. spielst, musst du die erst mal so im Zuge halten, dass die eben nicht alle Nase lang auf dem Flügel frei sind. Und das haben sie, finde ich, für meine Begriffe schon ganz gut gemacht. Deswegen war es auch vielleicht ganz clever, Boetius und Richter auf die Flügel zu stellen, weil die halt gut mit nach hinten arbeiten. Toussaint kämpferisch wieder richtig gut. Das 1 zu 3 mit eingeleitet. Kämpferisch gut. Immer wieder mal Fehlpässe in den Umschaltbewegungen. Aber das kennt man leider auch von ihm. Ansonsten fand ich ihn aber gut. Nicht übermäßig gut, aber gut. Würde ich eine 3,5 geben. Suat Serda. Jetzt könnt ihr wieder sagen, ja, ich habe irgendwie Hate auf den. Aber wie gesagt, diese entscheidenden Szenen, da will er es einfach nicht 100%. Und es gibt noch eine Szene, die könnt ihr euch ja gerne nochmal angucken. Diese erste Chance, wo Dodi Luke Bakio alleine gegen Upamecano dann rennt und aufs Tor schießt aus dem spitzen Winkel, da erwarte ich von einem Suat Serda, dass der mit vollem Sprint, so schnell wie er kann, kann mitsprintet, um noch eine gegebenenfalls Anspielstation im Rückraum oder so zu bilden, dass Suat Serda abschließen kann. Aber das macht er einfach nicht. Guckt euch mal, ja, er rennt. Guckt euch mal an, wie Suat Serda mit nach vorne rennt. Er rennt, aber wird von zwei Bayern-Spielern übersprintet, die nach hinten rennen. Und dann, er will in allen Situationen, er kann ja, er spielt ja auch nicht schlecht, aber man sieht in allen Situationen, dass dieser tausendprozentige Wille, wie man ihn zum Beispiel in einem Toussaint niemals absprechen könnte, der ist halt einfach nicht gegeben. Und deswegen kann er für mich, für meine Begriffe, seine Höchstleistung auch nicht erbringen. Er war ebenfalls wie Rocher an zwei Gegentreffern beteiligt. An den Toren von uns nicht direkt beteiligt. Klar, hatte auch ein, zwei schöne Bälle nach vorne gespielt, aber auch viele Fehlpässe. Deswegen würde ich ihm nur eine Fünf geben, alleine wegen dieses Nicht-Wollens. Das nervt mich einfach und mehr will ich doch gar nicht von den Spielern, als dass ich diesen unbedingten Wille sehe, wenn nicht alles klappt, ist doch okay, es passiert. Aber dieses in allen möglichen Szenen zu sehen, das ist so Alibi-mäßig. Und Alibi kann ich auf den Tod einfach nicht ab. Boetius für mich relativ unauffällig, auch immer, so wie man ihn kennt, der auch aus Mainzer Zeiten gibt eigentlich immer alles, aber dann auch oft im letzten Pass, aber das zieht sich ja bei Hertha generell durch, nicht wirklich die beste Option gefunden. War auch offensiv jetzt wirklich nicht der auffälligste, muss ich sagen. War aber auch kein schlechtes Spiel, würde ich eine ganz normale Vier geben. Marco Richter hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, auch wenn das ab und an mal ein bisschen hektisch aussieht, auch wenn er immer viele Fehlpässe spielt. Eine sehr schöne Flanke zum 1 zu 3 auf Dodi, eine sehr gute Chance erarbeitet und generell auch gut mit nach hinten gearbeitet. Der gibt auch wenigstens immer alles. Also das fand ich schon nicht schlecht. Ich würde Marco Richter eine 2,5 bis 3 so geben und Dodi-Luke Bakio fand ich wieder richtig gut, auch wenn da auch nicht alles stimmt, auch wenn da mal die letzte Entscheidung nicht stimmt, auch wenn man da vielleicht mal früher den Pass suchen muss, auch wenn er vielleicht ab und an besser nach hinten arbeiten muss. Aber er war für mich wieder mal mit Abstand der Beste bei Hertha, hat auch noch ein Tor erzielt, hatte mit die meisten Chancen. Dem würde ich eine glatte 2 geben und der gefällt mir sowieso in der Zentrale im Sturm. Wenn es denn wirklich jetzt so war, gefällt er mir tatsächlich besser. Selke hat ein Tor gemacht, hat wie gesagt für mich besser gespielt als Konga zum Beispiel gegen Bremen. Aber trotzdem ist er halt einfach nicht der Goalgetter, den wir da vorne drin brauchen. Den haben wir einfach derzeit nicht. Vielleicht können wir ihn uns backen mit Scherhand, auch wenn er ein anderer Stürmertyp ist als Selke und Konga. Aber uns fehlt einfach noch so ein richtiger 9er-Knipser, den haben wir derzeit nicht. Selke trotzdem eben eiskalt beim Elfmeter gewesen, hat ja am Endeffekt den Elfmeter auch rausgeholt. Deswegen würde ich ihm eine glatte 3 geben, ohne das Tor wäre für mich ein bisschen schlechter zu bewerten. Vielleicht wie Boetius oder Toussaint. Ja, die Einwechselspieler Konga hat dann nochmal Dampf gemacht, aber wirklich viel gesehen habe ich von ihm auch nicht. Also war jetzt nicht so ein großer Unterschied zu Selke, der dann irgendwie in der zweiten Halbzeit wie völlig abgetaucht wirkte, weil er aber auch keine Bälle mehr bekommen hat. War jetzt aber auch nicht schlecht, würde ich sagen. Würde ich eine 4 geben. Iyuka hat nochmal ein bisschen Tempo mit reingebracht, auch wenn er nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. War er halt jemand, der mir auf jeden Fall viel mehr aufgefallen ist als zum Beispiel ein Boetius. Der ist einfach öfter in Erscheinung getreten, war aber auch nicht übermäßig gut. Würde ich eine 3,5 bis 3 geben. Mitty, der dann noch für Plattenhard kam, muss einfach nächstes Mal von Anfang an spielen. Auch wenn er das Spiel nicht komplett an sich gerissen hat, bringt er einfach mehr Tempo mit, aber auch da ging wirklich nicht mehr viel. Würde ich ungefähr wie Conga bewerten mit einer 4-Mao-Lieder. Fand ich ganz, ganz schwach und würde ihm eigentlich eine 5 geben, aber der kam so spät rein, das wäre vielleicht auch unfair. Ihr seht, meine Noten sind jetzt nicht so übermäßig gut, obwohl wir nur 2, 3 verloren haben. Ja, wir haben nur 2, 3 verloren, aber Bayern war jetzt auch nicht übermäßig gut. Also ich würde jetzt Bayern auch nicht Endlevel gut bewerten. Es wäre mehr drin gewesen. Wir haben es wirklich gut gemacht. Man kann sich wieder über Hertha freuen, weil bei Hertha ist es wirklich nicht mehr so, wie es früher war. Wenn du 3 Uhr hinten liegst, ist das Spiel gelaufen. Nee, ist es nicht. Es ist immer noch was drin. Auch wenn wir es bisher eben noch nicht geschafft haben, wenn man dann so zurückkommt, uns dann eben noch mit dem letzten Funken am Ende zu belohnen, was natürlich geil gewesen wäre. Auch wenn es jetzt nicht mega verdient gewesen wäre, wäre es einfach geil für die Moral gewesen. Und es wäre auch drin gewesen. Aber dann müssen sie halt insgesamt noch deutlich besser performen. Deswegen, ich fand das Spiel gut. Ich fand es krass, wie wir zurückgekommen sind. Ich finde die Moral der Mannschaft gut. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich jeden hier mit einer Zweifel sehen muss und sagen muss, wir haben alle ein Überspiel gemacht. Weil so war es, finde ich, dann am Ende auch nicht. Gerade eben die zweite Halbzeit war dann doch recht ideenlos, einfallslos. Und da kam dann einfach auch nicht mehr so wirklich viel kreatives Moment nach vorne. Ja, das sind meine Noten. Und jetzt muss man natürlich aufpassen. Dienstag ist ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Das ist vielleicht das Wichtigste der drei Spiele, die wir jetzt haben in einer Woche. Also Bayern, Stuttgart und Köln ist das wahrscheinlich das wichtigste Spiel. Alleine, weil es eben direkter Konkurrent ist. Stuttgart 3-1 verloren am Freitag gegen Gladbach in Gladbach. Hat aber ein gutes Spiel gemacht. Lange mitgehalten. Lange stand es 2-1. Auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Die Mannschaft mit dem Trainer Wimmer. Und ja, also man darf jetzt auf jeden Fall nicht den Fehler machen, uns zu sagen, ja, wir haben gegen Bayern so gut gespielt, dann werden wir ja Stuttgart auch schaffen. Nee, nee, wir müssen da mit tausendprozentiger Disziplin rangehen und auch wirklich uns im Umschaltspiel noch verbessern. Wir müssen präziser werden mit den Pässen im letzten Drittel. Und ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich dann spielen würde. Ich finde Luke Bakio in der Zentrale auf jeden Fall deutlich interessanter, muss ich sagen. Ja, also wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Eigentlich kann man sagen, wenn man jetzt immer gut gespielt, aber am Ende keine Punkte geholt, wie zum Beispiel gegen Leipzig oder gegen Bayern, wo es ja auch hätte viel schlimmer aussehen können. Das Gute ist, wir haben immer noch eine Tordifferenz von nur minus 4. Wir haben halt weiterhin nur 11 Punkte aus 13 spielen, aber das kann ja am Ende der Saison entscheidend sein, wie wir es letztes Jahr ja schon mal gesehen haben. Und deswegen sind wir eben noch vor Stuttgart. Es hätte ja auch passieren können, wie viele Gegner, wie unter anderem Freiburg oder auch Mainz, die mehr als vier Tore minus kassiert haben gegen Bayern. Dann hast du direkt wieder ein schlechtes Torverhältnis. Wir haben jetzt gegen Leipzig und Bayern zwar verloren, es wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber wir haben eben nur minus zwei Tore gesammelt, was ja schon mal ganz okay ist. Jetzt kann man sich auch alles schönreden, ist klar, aber dann musst du halt so eine Spiele wie gegen Stuttgart musst du gewinnen. Und eigentlich spricht auch nichts dagegen, außer dass wir die letzten Jahre überhaupt nicht mehr mit denen klarkamen, dass man mal gegen Köln zu Hause gewinnt. Ich glaube, es werden wieder viele Zuschauer da sein. Also vier Punkte sollten es schon sein aus den letzten beiden Spielen, muss man ganz ehrlich sagen. So schön wie das Spiel war, das darf uns jetzt nicht trügen darin, in welcher Situation wir uns befinden. Wir haben eine ganz, ganz schlechte Quote. Wir haben eigentlich aus 14 Pflichtspielen nur zwei Siege geholt. Das ist überhaupt nicht gut. Und ja, die einzigen Siege, die wir hatten, waren gegen direkte Konkurrenten. Das macht natürlich Hoffnung, aber in Stuttgart wird es definitiv nicht einfach. Ich tendiere derzeit auf so ein Unentschieden. Also ich finde, da muss alles reingehauen werden, dass wir das Spiel gewinnen. Das wäre erst unser dritter Saisonsieg. Das muss eigentlich kommen, sodass du gegen Köln dann ein bisschen weniger Druck hast und vielleicht da auch nochmal ein oder drei Punkte raushauen kannst. Ja, an sich, wie gesagt, tolle Moral bewiesen. Es macht wieder Spaß, Hertha-Fan zu sein. So kann man auch Leute locken. Selbst wenn Hertha verliert, kann man sagen, ja, aber die haben sich echt aufgebäumt, die haben echt alles gegeben. Bis auf zwei Ausnahmen fand ich das Spiel von allen auch ansehnlich okay. Ja, gerade was gegen den Ball anging. Rochelle hat auch alles gegeben, aber hatte einfach einen schlechten Tag. So hat Hertha ist einfach nur die Art und Weise, die mich stört. Und in Zukunft vielleicht einfach mal überlegen, ein paar mehr Jugendspieler auch mal eine Chance zu geben. Gerade in solchen Spielen weiß ich jetzt nicht, was das für einen Unterschied macht, ob ich einen Mao Lieder bringe oder einen Scherhand. Also das möchte ich mal in Frage stellen. Ich bin nicht dabei, ich bin nicht der Trainer, das wird Sandro Schwarz besser wissen. Aber würde ich mir einfach mehr wünschen, um eben so eine Leute auch mehr zu fördern. Selbst wenn Mao Lieder jetzt einen Ticken besser ist, ich sehe auf dem Spielfeld eh nichts von Mao Lieder. Also kann ich dann auch einen Scherhand bringen, der dann vielleicht noch Entwicklungspotenzial und Motivation bekommt. Das ist meine Analyse. Morgen ist ja wieder Montag, unser legendärer Montag-Stream. 21.30 Uhr, da reden wir natürlich über den Spieltag. Ich hoffe mal, dass heute Union nicht auch noch gewinnt. Dann wäre wenigstens Union nicht mehr Erster. Ich weiß, viele von euch sagen, konzentriere dich auf deinen Verein. Aber für mich ist das eben, ja, mich juckt es eben doch. Mich tangiert es eben nicht nur peripher. Ja, da werden wir morgen ein bisschen Selbsthilfegruppe machen. Und natürlich gibt es auch schon einen Ausblick, weil wir ja Dienstag dann in Stuttgart spielen. Dazu werde ich auch einen Stream machen. Ich weiß bloß noch nicht, wann ich da online schaffe, einen Watch-Along, weil ich ja Dienstag arbeiten muss. Also so zwei Stunden vorher werde ich nicht schaffen. Ich denke mal, vielleicht 19.30 Uhr oder so können wir dann Dienstag einen Watch-Along machen. Mittwoch wieder Talk mit Nico. Donnerstag Talk mit Strickloge. Also diese Woche ist schon richtig viel an Stream. Und nächste Woche, Samstag, dann ab 10.30 Uhr ungefähr, Ort und Zeit, sage ich nochmal genau, unser Community-Treffen. Da freue ich mich sehr drauf. Für alle, die kommen wollen, ist auch alles schon organisiert. Getränke sind quasi schon kaltgestellt, imaginär. Und ja, man kann stolz wieder sein auf die Hertha-Mannschaft. Wir müssen aber aufhören, nur stolz sein zu können auf die Leistung, sondern auch stolz auf die Punkteausbeute zu werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mit Punkten weitermachen und im Optimalfall nochmal sechs Punkte holen. Und dann wäre es ja ganz okay. Dann hätten wir 17 Punkte, hätten gegen direkte Konkurrenten gewonnen. Das wäre okay. Aber es muss was kommen. Es muss was kommen. Und es muss mindestens mal von der Motivation her so eine Leistung gegen Stuttgart geben, wie gegen Bayern jetzt am Wochenende. Dann können wir auch einen Sieg schaffen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich habe euch trotzdem alle ganz doll lieb, auch wenn es jetzt bitter war. Aber ich fühle mich besser als nach der Bremen-Niederlage, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich auch eine deutliche Leistungssteigerung gegen Bremen. Hau he, bis morgen im Stream und bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017